Ich spiel grad konstant mit 25 FPS flüssig Minecraft. Ich spiel grad nicht konstant mit 400 bis 700 FPS Minecraft. Tja, es gefällt mir noch eben mit deinem krassen PC an. Meine hat auch schon fast 12 Jahre auf dem Buckel. Der wurde 2008 gebaut, das gute Schätzchen. Vor allen Dingen meine Grafikkarte, die 1070 Ti, hab ich für ca. 470 gekauft. 469. Und jetzt kostet einfach mal die RTX 3080 oder so, genauso viel. Fühl ich mich ein bisschen verarscht. Kauf dir doch die RTX 3080. Ja klar, ich hab ja Geld ohne Ende, ne? Ja, dann machst du ein bisschen Werbung für deinen Clan und dann nimmst du pro Clan-Join. 5 Euro. Bitte lass mich nicht sterben, Haus. Mann. Nein. Nein, ehrenlos. Mann, ich weiß nicht, wie er ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin gestorben, weil das blöde Haus keinen Bock auf mich hatte. Wenn auch. Ich hab nicht mehr was mal genäht für dieses Scheiß-Mörder. Wie grad meine Prozent von 15 auf 7 runtergesprungen ist. Was ist das denn für ne Aktion hier grad gewesen? Oh. Was hast du denn für Probleme? Einmal musste ich mich verrecken. Verrecken? Nein. Einmal. Ich bleib hier jetzt einfach sitzen. Du weißt zum Glück nicht, wo ich sitze. Na, wenn du in der Zeit sitzt, dann weiß ich schon bald, wo du sitzt. Nein. Doch. Oh, ich kann die Stelle hier mit dem Mondbären darstellen. Unlosen Bogen. Cool. Ja, bestimmt bist du der Mörder. Was passiert eigentlich, wenn man in dieses coole Endportal reinspringt? Kriegst du V-Bugs. Ich spiele nicht mal Fortnite. Nein. Dann kriegst du noch mehr V-Bugs. Ja, das ist aber in die Lava. Was? Welche Lava? Ach. Hä, wo ist denn dieser Bogen? Jetzt ist er weg. Ja. Ah, ich hab dich gefunden. Nein, du stinkst. Hey, hier ist wieder das Königsschwein. Ah. Mist. Na, jetzt hab ich noch meinen Pfalz verschossen, aber der ging ja nur minimal dran vorbei. Bist du jetzt tot? Ja. Cool. Glückwunsch. Ich bin einfach so ein Magnet für Mörder. Oh, grad hab ich noch 22% Mörderchance bei sehen, wie es aussieht, wenn hier noch mehr Leute reinkommen. Ich hab 12 Detektives. Jetzt hab ich schon mal 10% weniger. Oh, bis jetzt steht's gut. Och, Mann. Möchtest du einmal in deiner Aufnahme noch Mörder sein? Ja. Müsst mir eigentlich die nächste oder übernächste oder überübernächste so sein, hoffe ich. Denke ich. Schätze ich. Vermute ich. Spekulier ich. Ha, ich hab in dein Gesicht gefurzt, Typ unter mir. Das ist meine. Scheiße. Was? Ich hab mich voll versteckt. Bestimmt so ein richtiges Kack-Secret, ne? Was ich mein Secret ist. Boah, hast du dich krass versteckt. Nein, hier will ich... Ich seh dich trotzdem immer noch. Nein. Doch. Nö. Oh, es gibt einen kostenlosen Bogen wieder. Nur auf dieser Etage noch. Wetten, der Grüne stirbt gleich. Okay. Ah, macht hier ja richtig Spaß hier. Oh, Mann, ich hab fast das Jumping ran geschafft. Oh, schon wieder unschuldig. Warum sinkt jetzt schon wieder meine Mörderchance? Ich dreh durch, Amina. Ich nehm jetzt schon 31 Minuten auf, mein schöner Speicher. Aber egal, ich hab mir erst neulich ne Terabyte dazu geholt. Das passt schon. Übrigens, ich entschuldige mich in deiner Aufnahme, falls hier komische Geräusche aus mein Fenster kommen. Ne Katze? Nein. Die aus dem Fenster geflogen ist und wieder rauskommt. Das kann höchstens ein Teddybär sein. Oh, ich hab ganz viele Teddybären bei mir. In meinem Regalrecht, wo die Verpackung von meinem teilweise Equipment steht. Die anderen 30 Kartons hab ich drüber ins Nebengelass geschafft. Ich bin noch am überlegen, was ich auf meine Schränke tue jetzt, wo die ganzen Kartons standen. Das ist jetzt voll leer. Ein schönes Bild von mir und dir. Ich glaub, da ist keine Meter lang. Moment mal, hast du grad gesagt schön und im Satz noch dir verwendet? Ja. Hm, ich glaub, da müssen wir nochmal in Deutsch Unterricht gehen. So bildet man keine Sätze. Och, Digga. Ich bin in Deutsch eh der letzte Lappen. Shit, shit. Nein, der Hund, der chinesische Hund, der hat bestimmt Corona hergebracht. Angelcraft. Wo ist der, wo ist der Hund? Ah, shit. Ja. Und wie viele Hunden willst du jetzt hier noch aufnehmen? Ein bisschen gemördert haben hier. Also kann das zwei Stunden dauern? Ach nein. Oh, hey, ich hab jetzt schon wieder nur neun Prozent. Ey, meine Chancen werden immer geringer. Die wollen, dass du wieder auf TDD gehst. Ich fühl mich langsam wieder verarscht hier. Meine Chance wird immer geringer, obwohl die eigentlich immer höher werden sollte. Ich glaub, die Programmierer haben das Spiel nicht so ganz verstanden. Kann das sein, dass du Mörder bist? Das kann sein, aber... Das kann sein, aber... Das weiß man natürlich nicht. Aber irgendwo killt hier irgendjemand. Ach, hier hat jemand ne Axt im Kopf. Wow, Alter. So frisch. Nein, nein. Ich kann hier in der Zeit mal ins Meinsuchtforum gehen. Shit. Oh nein, ist das der Detektiv? Und tschüss. La, 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 ich back mir den Kakao. Hahaha. La, 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 ich back mir den Kakao. Ach, Plutschfinger. So, noch drei Leute. Ach, hier sind Schneebälle. Cool. Wir können gerne noch öfters aufnehmen. Ach nein, ich glaub, das droht jetzt erst mal wieder, bis ich Mörder werd. Wo hocken die denn rum? Okay, da drüben steht der Clown. Und tschüss. Wie er einfach nicht abgeschossen hat. Okay, zwei noch. Und ich hab noch zwei Minuten. Hier ist jemand, hier ist jemand. Nein, wo ist der? Der ist doch grad hier lang gelaufen. Bogen nicht getroppt. Mist. Hallo. Was ist eigentlich deine Lieblings-Cola-Sorte? Es gibt uns, achso, äh, Zero. Ich trinke grad Leid, ist auch relativ geil. Und ich hab S getötet. Boah, bin ich jetzt cool? Okay, wer durch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und schau, Leute. Tschüss. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.